Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Together, oder wie ich es nenne, Let's Multiplay. Wir machen wieder mal ein Stadtrennen und dabei haben wir wieder mal der Sergeant Alter Sack. Guten Tag. Guten Tag am späten Abend, genau. Du weißt ja nicht. Normalerweise ist es ja so, dass er sehr seltener Gast ist, leider. Ja eben, wieder mal. Wieder mal endlich dabei. Dann haben wir, wie schon gehört, der Wright. Heilkommen, Freunde. Der schon einen Raubüberfall auf mich gestartet hat. Dann gehe ich an der Stelle nochmal. Muss, 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 ne? Apfelmus. So, dabei ist natürlich auch die Smiley, wobei ich nicht weiß, ob sie das Keks noch anhat. Ja, Heil, Freunde. Nein, ohne Keks heute. Ohne Keks. Und da haben wir, das muss sicher der Fox sein mit dem rosa-roten Auto. Ja. Der Fox ist das mit dem rosa-roten Auto. Mit dem rosa-roten Panther. Ja, genau, das bin ich. Ah, nee, das ist die Smiley. Und der Fox ist natürlich auch dabei. Und ich habe den Start verpennt. Sehr gut. Dankeschön. Au. Arsch. Bitte. Au. Ranto hat den Start verpennt. Smiley fährt vorbei. Der Saatschen ist ganz weit vorne. Ja, bei mir leckt es auch. Ja, der Saatchen fährt wie die solche hier. Siehst du? Ich bin komplett falsch gefahren. Au. Danke. Danke, alter Sack. Ich habe mich auf dich verlassen. Das du mich führst, ey. Aber es ist echt ein scheiß, äh, wie sagt man so schön? Ja, komm ja jetzt Fox ohne Rämpeln, bitte. Ohne so, Fox. Ohne so. Nee, mit so. Mit so. Mit so. Mit so. So, ich werde es dir gleich geben, du. Boah, also das ist heute echt schlimm. Warum leckt das so? Ja, leckt bei mir genauso. Das ist eine scheiß Strecke, ey. Deswegen habe ich ja gesagt, das liegt doch größtenteils am Spiel. Boah, alter. Das wird nicht nur am Freps gelegen haben. Also im Moment liegt es wirklich nur am Spiel. Ja, ich kann kaum fahren. Ja, also bei mir leckt es wie scheiße. Ja. Aber es ist ja mal schön zu sehen, wie ihr auf einmal vor mir, hinter mir und neben mir seid. Naja, ich bin ganz hinten. Also ne, ich bin ganz hinten. Alter, wo bist denn du hin? Also bei mir leckt das Spiel gerade nicht, aber... Ich kann ja bei euch an der Internetleitung auch liegen oder so. Deswegen seid ihr ja auch immer vorne mit dabei. Weil ich sag mal, wenn ihr... Oh, ihr schwabbelt hier hin und her. Ja. Ihr seid auch einfach mal vor mir durch den Baum bis jetzt durchgefahren. Hahaha. Also ich habe den Baum auf der rechten Seite gesehen. Alter, wer habt die scheiß Strecke ausgesucht, ey? Der Fox natürlich wieder. Kannst du ja gar nicht richtig beschleunigen, weil andauernd ne scheiß Kurve da ist. Ja. Alter, ich fahr wie scheiß, ey. Ja, wo ist hier die blöden Karren da, die er dabei ausgesucht hat? Ja. Das ist überhaupt nichts für ein Supersportwagen. Boah. Strecke kenn ich schon. Freut mich. Hahaha. Wenigstens einer, die die Strecke kennt. Komm, der Fox, der kann nur große Schnauze haben, wenn er erster ist. Weißt du, was ich will? Ja, der hat die Strecke absichtlich ausgewählt, damit er endlich mal erster ist. Ja, jetzt ist der Fox nämlich, äh, jetzt ist der Sartu nämlich erster, so sieht's aus. Kann gar nicht sein, weil... Ah, ich seh, ich seh den Dranto. Ja. Ja, wie er da gegenfährt. Ja. Hahaha, sehr gut. Boah, leckt das wie Gritzkotze, Alter. Oh, beide da reingefangen. Säcke hier, hau ab. Sehr nice, sehr nice. Freide, alles klar. Jaja, ich, äh, versuch irgendwie die Fahrbahn zu halten. Die was? Die Fahrbahn zu halten? Das Auto auf der Fahrbahn zu halten. Weil ich hier überhaupt nichts sehe. Außer... ...lecken. Dafür mach ich dich platt, ey. Hahaha. Der lacht sich da. Ja. Hübsch. Ja. Fullert sich die Busse voll, ey. Denk dran, wenn noch Toilette sitzt, äh, die Hose runterziehen, ne? Ich lass es schon auf, keine Sorge. Fox, was, was für Drogen hast du heute genommen, sag mal? Hahaha. Der fährt so beschissen, ne? Fox hat bestimmt noch Rest, äh, Rest von Silvester. Ja, weil, 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 weißt du, wenn er so am Lachen ist, könnte ich auch nicht besser fahren. Ja, anders brennt als der Unterdrücker, nicht, weißt du? Ja, weißt du, er rammt mich weg. Und das ist für ihn normal. Und ich ramme ihn weg, da fängt er an zu heulen. Ich hab hier die übelsten Leckprobleme, die übelsten Probleme. Und zieh ihm trotzdem noch die nicht vorhandene Buchse aus, also. Ja, weil du weggeschubst hast, das geht nicht so. Ja, du Heulsüße, du Heulsüße. Alter, was ein Rennen, ey. Was ein Rennen. Wie er mich wegrampt wollte, ey. Schieb mich über sich selbst rüber, und dann fährt er mich runterher, und dann fährt er noch verkehrt. Also, achtet drauf, die alten Säcke, die bescheißen, wo es nur geht. Bescheißen. Miley fährt ein Cheater. Miley leckt ohne Ende. Ne, absolut nicht meine Strecke, ey. Ja, ich bin ja am Anfang komplett falsch gefahren, und dann leckt es ohne Ende. Und dann die Kurven, ganz vergessen. Absolut nicht meine Strecke. Nicht beendet. Die Autos sind verkehrt. Ja. Bin zu schnell. Du kannst die Spur gar nicht halten, weil die zu viele Kurven hat. Wir können ja mal mit Klassikern oder so fahren, die strecken. Oder Standardautos, Monstertruck oder sonstiges. Ja, sowas. Oder LKW oder irgendwie so ein Tuk-Tuk oder so. Oder ein Tuk-Tuk. Uferroller zum Beispiel. Uferroller. Oh, nee, bitte nicht. Nochmal. Uferroller, das war ein... 2 Sekunden-Unterschied. Ich bin dafür, dass wir die gleiche Strecke nochmal fahren, aber mit anderen Autos. Wie denn? Wie soll ich denn das einstellen? Ey, einfach bei Autos und dann hast du so ein Dreieck und dann kannst du die Strecke, also die Autos einstellen. Ist okay, weil jetzt kennen wir die Strecke ja einigermaßen. Ja, ja, jetzt vorher... Das ist eine Scheiß-Strecke. Ja, und jetzt stell ein mit Mofa. Ja, vorhin war es auch eine Scheiß-Strecke. Mit Fahrrad. Mit Fahrrad. Wenn du das machst, bring ich dich um, ey. Ja, wirklich, dann häng ich's irgendwo hinten in den Garten, ey. Als Vogelscheuche. Klassiker. Klassiker. Ey, du gehst... Du gehst... Ja, genau. Und dann gehst du einfach noch auf... Ja. Pest. Pest. Äh, passt. So. Was? Klassiker. Geht doch. Ja, passt doch. Genau, passt doch. Ja, macht doch. Los. Wir warten nur auf dich. Aber Rodeo-Schleife passt zu der Karte. Der Horst ist wieder der Letzte. Ja, aber wirklich, ey. Der Horst. Da muss man wieder alles hier aus dem Hintern ziehen, ey. Also, Sergeant beim alten, äh, beim Fox, da hat's ein R drin. Oh, 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 oh. Oh, ey, alle nehmen den Albany. Was? Alle nehmen sie den Albany. Wieso? Roosevelt. Welchen? Oh, der ist schön, der Roosevelt. Ja. Der ist richtig geil. Douglas Mambo sieht auch gut aus. Äh, Mamba. Ja, der Mamba ist echt gut. Aber ich, ich denke, wir sollten wirklich den Roosevelt nehmen. Ich bin schon fertig mit auswählen. Hab ich nicht genommen. Der, du kommst auch nie an mit dem Ding. Aber der Sting ist so eine schöne Karre, ey. Ist so eine richtig schöne Karre. Ja, war ja klar. Oh. Na, hallo. Ich bin da zu meinem Rennen fahren. Du bist ein Spacken, Alter. Man muss hier mit Klasse fahren, ja? Ein Klassiker mit Klasse. Ja, wir fahren Klasse. Gegen den Fox Commander kannst du nicht Klasse fahren. Ne, der Sergeant hat auch noch den Roosevelt. Oh, sehr geile Autos. Sehr geile Autos. Ey, danke. Dirty Bomb. Ah, Smiley. Smilies Lieblingsfarbe ist rosa. Wieso ist dein Roosevelt schneller als mein Roosevelt? Weil ich an dir vorbeigefahren bin. Bist du nicht schneller? Doch, klar. Du hast mich ja überholt, deswegen. Das geht ja normalerweise nicht. Ey, du warst total im Crash. Du hast in die Gegend gesetzt, in die Richtung geguckt, gerade wo ich bei dir vorbeigefahren bin. Okay. Ich bin da voll zwischen euch gefahren. Ihr wart voll im Crash. Boah. Also lenken lässt der sich aber auch nicht besser. Boah, der hier, ja. Der ist gut. Wer ist ein Erster? Der Sergeant ist wieder Erster. Ja. Sehr gut. Und der Fox, trotz besserer Motorisierung, ist natürlich Letzter. Ja, aber der ist natürlich Letzter. Nene, nene, nene. Letzter bin ich. Hofenlage ist nicht so gut. Ja. Fahr in der Mamba oder was? Oder was hat der? Von seinem Auto hier. Was hat denn der? Was fährst du denn so, Fox? Ja, frag mich nicht. Einmal Y drücken. Ja, ich drücke jetzt hier in Y und das ist bei Schwestern. Mann, ihr müsst mit Stil fahren. Also ich hab den Mamba, aber ich hab Fehler gemacht am Anfang. Darum bin ich jetzt Letzter. Was hast du denn für einen Fehler gemacht? Ja, falsch gefahren, zu schnell und weiß nicht was. Fahrfehler. Musst du wieder irgendwo. Ja. Fahrfehler. Hast du ja ein Eis drauf oder so, ne? Ja, ich wollte einen Soda. Soda Wasser. Der hat bloß dem Frauen nachgeschaut. Gib's ruhig zu. Ja, ich war hinter das Mileyers in dem Himmel. Hätt, glaub ich, eine andere Farbe wählen sollen. Also dieses... Alter, der fährt sich wie ein... Fahrt mit Stil, fahrt mit der besseren Fahrer. Also ich find schon, der hat was, aber der fährt sich nicht... Also für das Rennen nicht so wirklich gut. Oder ich kann heute nicht... Das nicht, aber die Kurvenlage ist besser, als mit so einem Sportrennwagen. Boah. Find ich. Weil der nicht so viel Power hat, deswegen. Da kannst du einfach um die Kurven fahren. Malen, was fährst du? Ein Trufader. Trufade oder so, ne? Ein Trüffel. Oder irgendwas mit Tee. Trufader. Auch ein schönes Auto. War ein schönes Auto. Bist du mich am Anfang direkt weggerammt hast. Ja. Bist doch gut versichert. Boah, wer weiß. Aber der fährt sich nicht gut. Wenn du so ein Klassiker fährst, dann musst du ihn gut versichern. Also ich mach'n Sonntagsspazierfahrt hier. Der fährt sich überhaupt shit. Aber Kurven kannst du mit dem gar nicht fahren. Das ist wie der Hotknife. Dieses Ding, das fährt sich auch wie Scheiße. Weil man damit überhaupt keine Kurven fahren kann. Ja, wieso fährst du denn schneller als meiner hier? Das geht doch, wir sind gleiche Autos. Sind's halt getunt, ne? Ja. Ich hab' den Roosevelt nicht, leider. Den gibt's auch nur zu Valentinstag. Da kann man den holen. Ich hab' jetzt einen Tobak hierverwendet. Kein Problem. Ich sag' ja, ich... Ich hab' mich abgebildet. Er hat das beste Auto, weißt du was ich meine? Weil er sich keinen Roosevelt leisten kann. Nein. Boah, was war das denn jetzt? Ich bin gegen den Pfeiler gecrashed. Dann bist du auf einmal mitten auf die Straße gespawnt. Das war geil. Bin ja mal auf die Aufnahme gespannt. Boah! Zweiter noch. Auf jeden Fall noch dritter geworden. Na ja, Dranto fährt die Mamba zu Schrott. Auch ein schönes Auto. Echt ein geiles Auto. Den hab ich sogar in der Garage stehen. Den werd ich mir auch noch holen. Die Smiley, ey. Oh, sie hat das Rennen mal beendet. Smiley hat das Rennen mal beendet. Und der Dranto. Der hat ne schlechte Kurven, also ne schlechte Kurvenbeschleunigung. Man kann das immer auf alle anderen schieben. Ne, wieso einfach auf alle anderen? Das war ja schon mein Fehler. Aber ich sag ja, der hat einfach ne... Von meinem Fahrstil her passt das Auto nicht zu mir. Fox muss sich wieder hier profilieren, ne? So, ich mein. Haben wir hier am Drecklochen? Hat er jetzt gar nicht so richtig hingeguckt? Hat er sich jetzt einen abgeschüttelt? Before your break. Mit dem schüttelnden Fox, ey. Bis dahin, Leute. Bis dahin, ciao. Bis dann. Ciao, ciao, ciao. Alter Peve. Ada 45 Tschüss. Nach deraci wekar? Was? Das mit dem Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ......